Musik Wir stellen Ihnen heute die erste Ausgabe 2018 der Medizinischen Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin vor. Das Themenheft läuft unter dem Titel Intensivmedizin und Ökonomie. Der erste Beitrag von Prof. Thiele gibt einige Themen des Updates Intensivmedizin zum akuten Koronarsyndrom, akute Herzinsuffizienz, wieder. Rainer Riesen und Paul Sabu Hadi beschreiben in dem Editorial die zentralen Komponenten des Themenheftes Intensivmedizin und Ökonomie. Prof. Buch Hadi führt in dem ersten Beitrag in das Faltpauschalensystem in Deutschland ein, unter vor allem historischen Perspektiven. Seine Zusammenfassung Eine faire Vergütung von Leistungen der Intensivmedizin durch ein Faltpauschalensystem ist nur eingeschränkt möglich. Die intensivmedizinischen Leistungen sind meist nicht an spezielle Diagnosen gekoppelt. Aus guten Gründen werden in anderen Ländern deshalb intensivmedizinische Leistungen nie vollständig über ein DRG-System vergütet. Lediglich in Deutschland wurde seinerzeit dieser Weg einer hundertprozentigen DRG-Vergütung gewählt. Auch das von der Politik geforderte Prinzip gleicher Preis für gleiche Leistungen lässt sich bei intensivmedizinischen Leistungen nicht aufrechterhalten. Die verschiedenen Versorgungsstufen der Krankenhäuser erfordern sehr unterschiedliche Strukturvoraussetzungen, sodass die daraus resultierenden Vorhaltekosten stark variieren. Dies führt dazu, dass die Intensivmedizin in Häusern der Maximalversorgung mit hohen Vorhaltekosten durch das Faltpauschalensystem fast immer unterfinanziert wird. Auch begrenzende Strukturvorgaben, Mindestmerkmale bei den entsprechenden OPS-Ziffern haben an dieser Fehlbewertung nichts ändern können, da diese Vorgaben von vielen Krankenhäusern in Anspruch genommen werden, selbst wenn sie konkret nicht erfüllt werden. Nur eine grundlegende Veränderung des Vergütungssystems für intensivmedizinische Leistungen kann hier Abhilfe schaffen. Der zweite Beitrag von Häusern Riesen zur Vergütung intensivmedizinischer Leistungen im DRG-System fasst wie folgt zusammen. Für die medizinische Daseinsvorsorge der Bevölkerung notwendige Krankenhäuser müssen von dem Druck entlastet werden hohe Kosten oder sogar Defizite in der Intensivmedizin und in der übrigen Notfallversorgung durch eine ständige Leistungssteigerung bzw. durch Personalabbau zu kompensieren. Es sind Versorgungsstrukturen in der Intensivmedizin vorzuhalten, die mit dem zur Verfügung stehenden Personal ihren Versorgungsauftrag möglichst gut und angemessen ausüben können. Es muss auch über den optimalen Einsatz bzw. die Grenzen der Intensivmedizin offen diskutiert werden, ebenso wie über die notwendigen Kapazitäten im Kontext der jeweiligen Krankenhausstruktur im Einzugsgebiet. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, den medizinisch begründbaren Personalbedarf wirklich zu decken. Das DRG-System in Deutschland sollte 14 Jahre nach seiner Einführung in seinen Auswirkungen auf die Intensivmedizin grundsätzlich evaluiert und neu ausgerichtet werden. CEMIC geht auf die Rolle des MDK im deutschen Vergütungssystem in der Intensivmedizin ein. Die Zusammenfassung Für den MDK-Gutachter ist die Prüfung intensivmedizinischer Leistungen, insbesondere der Codes für die intensivmedizinische Komplexbehandlung, zeitaufwendig. Wegen der hohen Vergütungsrelevanz dieser Codes und der Tatsache, dass Mitarbeiter der Krankenkasse die korrekte Codierung in der Regel nicht ohne Einbindung des MDK nachvollziehen können, wird es diese Prüfungen auch zukünftig geben. Umso wichtiger ist es, dass in den OPS-Codes unklar bzw. unscharf verwendete Begriffe einer zügigen Klärung und eindeutigen Beschreibung zugeführt werden. Zu hoffen ist, dass die intensiven Bemühungen vieler Beteiligter um Präzisierungen des OPS 898F bald Früchte tragen werden, um den Diskussionsaufwand zwischen MDK-Gutachtern und Krankenhausvertretern in den Ländern nachhaltig zu senken. Prof. Johannidis aus Innsbruck geht auf Vergütung intensivmedizinischer Leistungen in Österreich ein. Seine Zusammenfassung. Das österreichische Gesundheitssystem ist im europäischen Vergleich durch einen hohen Anteil von Akut- bzw. Intensivbetten gekennzeichnet. Das in Österreich gültige LKF-System ist charakterisiert durch eine leistungsabhängige Vergütung und eine leistungsunabhängige Tagespauschale, abgestuft durch die jeweilige Einstufung der betroffenen Intensivstationen, IMCU, ICU Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Die medizinischen Einzelleistungen machen nur einen geringen Teil der Vergütung aus und somit werden die oft diskutierten Nachteile des deutschen DRG-Systems größtenteils abgefedert. Während der Pflegeschlüssel durch die Intensiveinstufung verbindlich vorgeschrieben wird, fehlt eine solche Vorgabe für das ärztliche Personal völlig. Für die zukünftige Planung und Personalentwicklung der österreichischen Intensivmedizin ist dies jedoch ein essentieller Punkt. Prof. Weithaas stellt hier mit seinen Co-Autoren das Positionspapier zu Intermediate Care Units vor. Ein Fallbericht. Rapide Entwicklung eines Hirnedems infolge einer fulmonan Hyponatremie von Adler und Mitarbeitern. Die Zusammenfassung. Die Hyponatremie ist die häufigste Störung des Wasser- und Elektrolythaushalts. Eine akute Hyponatremie kann sich innerhalb von nur wenigen Stunden entwickeln und rasch letale Folgen haben. Akute Störungen des Serum Natriums erfordern ein aggressives therapeutisches Management. Wenn möglich sollte vor Therapiebeginn eine Urinprobe asserviert werden. Hier unter der Rubrik Bild und Fall Differenzialdiagnostische Bedeutung der PR-Strecke in der EKG Interpretation von Adler und Mitarbeitern. Bei Akuteinsätzen linksdorkalen Schmerzen sollte Differenzialdiagnostisch auch an eine akute Perikarditis gedacht werden. Bei dem Verdacht auf eine akute Perikarditis sollten serielle 12-Kanal-EKG-Registrierungen erfolgen. Simultane Senkung des PR-Segments in Extremitäten und Brustwandableitungen sind in der Akutphase ein spezifisches elektrokaliografisches Zeichen einer Perikarditis. Die Langzeitprognose der akuten Perikarditis ist unter suffizienter medikamentischer Therapie und körperlicher Schonung günstig. In einem Spezialbericht dankt die Medizinische Klinik Intensivmedizin und Notfallmedizin den Gutachtern des Jahres 2017. Hier ein weiterer Beitrag von Prof. Bruchhardi. Sein Vortrag, den er auf der Jahrestagung der DIVI gehalten hat zu 40 Jahre Deutsch-Intensiv- und Notfallmedizin. Der aktuelle CMB-Beitrag beschreibt die nicht-invasive Beatmung zur Behandlung akuter respiratorischer Insuffizienz von Cornelissen und DREA. Zwei Leserbriefe widmen sich dem Thema Betreuung nach Reanimation ohne Intensivmediziner von Fuhrmann und als Antwort darauf von K. H. Scholz. Last but not least die Mitteilung der DG IIN, die einmal mehr auf die diesjährige Jahrestagung in Köln hinweisen. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Publikation Medizinische Klinik Intensiv- und Notfallmedizin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020